Derzeit sind auf Netflix hunderte von Shows zum Thema Essen verfügbar, die eine Vielzahl von Themen abdecken, wie Kochen, Lebensmittelwettbewerbe, renommierte Köche, Ease Global Cuisines und die Liste geht weiter. Selena Gomez ist in einer brandneuen Kochshow, die in verschiedenen Restaurants stattfinden wird. Food Network gab bekannt, dass die Schauspielerin in einer neuen Show namens Selena Plus Restaurant mitspielen wird. Die Show, die auch auf Max gestreamt werden kann, ist ein Spin-off ihrer Show Selena Plus Chef. Selena & Restaurant startet am 2. Mai mit zwei aufeinanderfolgenden Folgen. In der Staffel erkundet Gomez gemeinsam mit ihrer besten Freundin Raquel Stevens, die auch in Selena & Chef zu sehen war, die kompetitive Gastronomie-Szene in L.E. Talentierte Köche wie Gordon Ramsay und Alex Gally brachten Gomez in der ursprünglichen Food Network Show bei, wie man zu Hause kocht, und dieses Mal werden renommierte Restaurantköche dem Megastar in einer Serie von sechs Episoden die Besonderheiten der Restaurantbranche beibringen. Selena Show Selena & Chef erwies sich als außerordentlich erfolgreich und ist eine hervorragende Fortsetzung. Es wird zweifellos mit Creating Foodways Magie oder einem anderen Titel ihrer Wahl mithalten können. Darüber hinaus wird es auf Max ausgestrahlt, einer im Vergleich zur Netflix überlegenen Streaming-Plattform. Megan hätte dies lieber getan, als eine gefälschte Küche zu mieten. Berichten zufolge hat Megan Mahler am Dienstag mit den Dreharbeiten zu einer ersten Solo-Serie für Netflix begonnen, doch das Haus von Harry und Megan wird während Meggans Koch schon nichts zu sehen sein, so Quellen von Daily Mail-Tagebuch-Redakteur Richard Eden. Netflix hat ein Grundstück gemietet, in dem die neue Serie gedreht werden soll. Aus Platzgründen filmt Megan nicht außerhalb ihres eigenen Zuhauses. Der Olive Garden hat einen Wert von rund eine Million und verfügt einigen Angaben zufolge über neun Schlafzimmer, 19 Badezimmer, einen Fitnessraum, eine Bar, eine Garage für fünf Autos und vieles mehr. Netflix hat gesagt, dass die Show die Freuden des Kochens und der Gartenarbeit, der Unterhaltung und der Freundschaft zelebrieren wird. Die Serie soll mit Meggans neuestem Geschäftsvorhaben, einer Lifestyle-Marke namens American-Revier-Ochart, verknüpft werden. Eint, dass Netflix unsicher ist, wie mit den Beutezügen umgegangen werden soll. Ihre Produktion scheint mit Random House Penguin Publishing vergleichbar zu sein und zeigt den minimalen Aufwand einer Person mit begrenztem Talent, der es an Verdienst für eine solche Anerkennung mangelt. Zu den einsamen kulinarischen Unternehmungen, die man beobachtete, gehörten schlecht zubereitete Hamburger und geschmacklose Versuche mit gegrilltem Salat. Das Ausmaß ihrer Verbindung zur Gartenarbeit scheint sich darauf zu beschränken, einen großen Straußmarkt Blumen zu tragen, was Fragen zu ihren Lebensumständen auf einem vermutlich angelegten Anwesen mit angestellten Gärtnern aufwirft. Punkt was den Begriff der Bewirtung betrifft. Sie gibt es zahlreiche fotografische Beweise, die zeigen, wie sie Gäste in ihrer Residenz bewirtet. Was die Kameradschaft angeht, muss man den echten Wunsch, sich mit ihr anzufreunden, infrage stellen. Ähnliche Unsicherheiten bestehen hinsichtlich der Beiträge ihres Mannes. In Harrys Show wird professionelles Polo zu sehen sein, eine seiner Lieblingssportarten. Der Streaming-Riese sagt, dass es den Zuschauern einen beispiellosen Zugang zur Welt des professionellen Polo ermöglichen wird. Die Serie, die vor allem für ihre ästhetische und soziale Szene bekannt ist, fügt hinzu, dass sie den Vorhang auf den Mut und die Leidenschaft des Sports werfen und Spiele und alles einfangen wird, was man braucht, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Sein beruflicher Werdegang weist keinerlei konventionelle Beschäftigung auf, und sein Bildungshintergrund ist nach wie vor unbeeindruckend. Eigenschaften wie Witz, väterlicher Instinkt, Freundlichkeit und Charisma scheinen auffällig zu fehlen. Das einzige charakteristische Merkmal, das er besitzt, liegt in seiner obskuren Beherrschung eines eintönigen und exklusiven Sports, der offenbar als alleinige Grundlage für Netflix-Interesse an der Entwicklung einer Show dient, in deren Mittelpunkt er steht. Die einzig plausible Erklärung könnte in einer hypothetischen Kraft liegen, deren Auswirkungen wahrscheinlich nicht günstig sind.